Das, das und das. Ah, ich habe nur zwei Handys, gut, ich wollte drei holen, aber es gab sowieso bei dem nur zwei Handys, also ist das egal, aber die Bombe. Ich habe doch von jedem etwas, ach das ist wieder irgendein Scheiße, die ihr da hinten wieder nicht anzeigt. Ich habe doch gesagt, das ist zu wenig, dass irgendwas fehlt. Aceton fehlt noch. Das ist so kacke, dass das da hinten ausgeblendet ist. Nanita, gute Nacht dir, schlaf gut. Bis morgen? Ja, morgen. Morgen noch einmal. Okay, ja, da unten hat er zu tun. Hello, now what do you need? Hat der kein Aceton? Doch hier, auch fünf Liter nur? Ich war eigentlich auch der Meinung, dass wir Metallteile bräuchten dafür. So, Ephedrin kippen wir mal rein. Können wir da wenigstens welche von machen wieder. Da brauchen wir noch Jod. Gucken, nächstes Mal gucken wir das mal an, ob der Typ das selber auffällt dann. Jetzt stellen wir mal einen ein, aber wir haben ja aktuell keinen Leiner, den wir einstellen können. Noch nicht. Nur Hunde. Drei Hunde haben wir jetzt, glaube ich. So, Bombe. Jetzt geht's. Sehr gut. Kriegen wir die noch aufgeteilt? Ja. Ja. Die Bombe kann da ja drin bleiben. Ich nehme die mit. Gib mal hier Kofferraum. Mach mal auf. Mach mal auf. Mach mal den mal raus. Das lassen wir mal drin. Das lassen wir mal drin. Das lassen wir mal drin. Den lassen wir mal hier. Die Blättchen. Es gibt halt auch wirklich sehr, sehr viele Items hier, ne? Sehr viele Items, finde ich. Okay. Ich will mal Pilze verkaufen. Welcher davon ist es? Ich will auch mal ein不知道. Ich will mal ein paar Jahre loose. Halbature. Mein Mann. mal so so ach so ah jetzt klickt er selber an den sagte bombe platzieren kommst du von dahinten nicht rein doch wo ist der tank da mach bumm ist er nicht so amused rüber jetzt müssen wir kurz warten bis es ruhiger wird was hast du denn hier für eine tafel schokolade das ist doch schwanz bestellung oh verdächtiger so haben sie da jetzt bald mal oder jetzt werde die rivalisierende gang los das heißt ich soll die den aufs maul hauen oder wie ich soll die wahrscheinlich töten das klappt aber leider nicht so gut jetzt habe ich nur das ding mit da brennt was bei euch okay okay now you're now you're fucked oh guck nicht dass ich das feuer laufe gut dass sie auch nicht bewaffnet waren dem land will ich nicht nur das geld machen wir nicht an da oh 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 scheiße ist hier irgendwo was hier ist hier gar nichts Kannst du nirgendwo rein Okay Also es ist jetzt nur noch Kampf der Titan Benito über das Schicksal Genau, Konflikte festlösen Aber er zeigt mir nichts mehr an Er zeigt mir diese Punkte nicht an Wo ich da hin muss Soll ich das raten oder wie? Über Benito bin ich glaube Bei Benito bin ich durch Kira hingekommen Über Kira Vielleicht sollten wir zu der Achso Wir gehen mal zum Auto erstmal Mir fällt gerade auf Ich habe auch gar nicht das ganze Zeug Im Auto gelassen Ich habe alles mitgeschleppt Ich habe etwas Interessantes gefunden Wir flitzen nochmal ganz kurz rüber Ich muss hier was Ich bin ein bisschen erschrocken Ja Ich kann Ich habe ein Paket für dich Und das war's Das ist doch scheiße Das ist doch kacke Wie komme ich denn Wie geht's denn da weiter Die hat uns doch glaube ich zusammengebracht Wieso zeigt er mir diese Punkte nicht an Auf der Map Wo ich hin muss Die müssen noch gelbe Punkte sein Die immer so ein bisschen pulsieren Wie soll ich denn darüber berichten? Will ich nicht weiß wo Und die Brücke Da passiert auch irgendwie nichts Die Millionen habe ich einfach so rausgefeuert Muss doch jetzt irgendwie weitergehen Mit der Hauptstory Er zeigt mir halt unten auf der Minimap Braucht nichts an Die Slavan können ihre Operation nicht vorsetzen Bis der Konflikt zwischen Ramon und Benita gelöst ist Finde einen Weg das Problem zu lösen Ja Das ist der Kampf der Titan Erzähle Benita was du herausgefunden hast Und informiere sie Dass ihr Bruder es nicht geschafft hat Das äh Würde ich sehr gerne tun Er zeigt mir ja auch oben an Hier ne Hier in der Ecke Dass es noch zwei Aufgaben sind Aber Oder muss ich die anrufen Warte mal Nö Das ist Kira Bietro Kein zum anrufen Von denen Lass mal mit Kira ein Treffen vereinbaren kurz Klar du hattest 22% damals Nun kann ich die 10 anbieten Also 10% muss ich nur noch abdrücken So what do you want to discuss Yes of course Alright Now that we're here See you next time So what's the deal Goodbye then Pleasure doing business with you Mann das ist doch Schwanz Dann müssen wir auch auf jeden Fall hoffen Dass es beim nächsten Mal weiter geht Da ne Irgendwie Hab ich nicht Oder ist die Story Jetzt vielleicht komplett kaputt Weil ich Weil er tot ist Was dann Kann auch sein Uh Pilze Es war ja vorhin Unfassbares Durcheinander Da sollte ich irgendwelche Sachen machen Dann war fehlgeschlagen Aber es muss ja jetzt Die Möglichkeit geben Dass er verstorben ist Dass ich das jetzt Der Benita sage Das sagt er ja Dass ich das machen soll Aber wo Wo ist sie Junge Wo ist sie hin Wir hoffen einfach Dass am nächsten Tag Irgendwas hin aufploppt Also wahrscheinlich Dann beim nächsten Mal Ja Ansonsten Keine Ahnung Das ist Scheiße 500 liegen hier auch fast rum Junge 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 Drogen sind nicht gut Okay Okay Hallo Paddy Du ist ich Ofen Platzieren wir erstmal da Junge 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 Das war's für heute.